Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Hexted bzw. das Hexted Projekt mit der Cassie Lou. Hi! Und ja, wir haben jetzt die drei Folgen am Stück aufgenommen und werden danach aufhören, weil wir weg müssen. Und jetzt habe ich hier in der dritten Folge meine Facecam angemacht, weil ich mir einfach so dachte so... Ja, scheiß... Oh, ich habe Diamanten gefunden, geil! Das heißt, wir können uns dann nachher gleich... Wenn das jetzt viele Diamanten sind, dann bekomme ich die. Dass ich als erstes die Hose habe und dann du. Warum? Weil, okay, Ladies first, aber... Das ist dann so gemein. Immer müssen wir zurückstecken. Ja, ist halt so. Und was ist aber, wenn du keine Lady bist, es kann ja sein, dass du ein Zwitter bist. Was? Ja, okay, zehn Diamanten habe ich jetzt insgesamt. Das heißt, wir könnten uns beide jetzt zuerst einen Helm machen. Das würde sich auch... Und ich bin dafür, dass ich mir einfach mal eine Chestblade mache. Okay. Oh, nicht. Wenn du nicht willst. Ja, dann halt nicht. Mhm, 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 ich finde nicht mehr raus. Ich finde nicht mehr raus. Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Ab wann werden wir das eigentlich hochladen? Weil ich denke nicht, dass ich das heute schon hochladen werde. Ich glaube, ab morgen, ähm, den... Äh... Heute ist der 21. Ja, morgen, den, äh, Dienstag, den 22. Werden die ersten zwei Folgen hochkommen. Und ich habe nur mehr vier Fackeln. Das ist scheiße. Die ersten vier Folgen, also morgen. Hast du meinen Namen irgendwo? Nee, das sehe ich nicht. Ich bin da bei so einem Mord. Ja. Schon wieder Diamanten. Wow. Mega viele. Nein. Nein. Au. Hier sind aber mega viele... Hier sind mega viele... Ja, ich... Ich finde eh wieder zurück nur... Au. Nein. Ein Slime. Der hat mich jetzt einfach mal so angegriffen. Boah. Was war das jetzt? Ich habe von dem ein... Ein... Gelatine getroppt. Gelatine. Was ist denn das hier für ein Penner? Okay, hier dahinter ist nichts mehr. Dann... Gehe ich hier mal weiter und setze hier... Diamant... Oh. What is that? Das schreckt mich nicht so. Wieso baust du das ab? Das wollte ich haben. Lass uns hier noch ein bisschen erkunden. Ich sagte doch, pass auf. Hier sind auch voll viele... Scheiße. Und ich habe keine Kohle mehr. Also... Also ja, aber ich habe keine. Komm du wieder runter. Nein, ich nehme deine Sachen nicht. Weil ich habe auch gar keinen Platz im Inventar. Das Einzige, was ich nehme, sind die Fackeln. Okay, ich habe die Fackeln und ich leuchte hier unten jetzt ein bisschen aus. Weil hier unten ist es geil. Sorry, Leute. Bei mir leckt es gerade fürchterlich. Jetzt habe ich trotzdem noch 60 FPS. Ähm. Wie komme ich hier jetzt vorbei, ohne dass ich was aufnehme? Bist du schon da oben? So. So. Ich setze hier die Fackeln überall hin. Weil ich habe nur kein Holz dabei. Ich hätte ja genug Kohle, aber... Kein Holz. Und die Kohle wäre jetzt auch nicht so das Problem. Aber wir haben jetzt 15 Diamonds. Das freut mich. Muss ich schon sagen. 15 Diamanten. Okay, ich nehme die Sachen auf, die unten liegen. Das ist einmal das und... Ja. Die Eisenspitzsacke. Und das Eisenschwert. Und die anderen Sachen liegen oben. Da komme ich sowieso nicht hin, weil ich nicht oben bin. What? Wer schießt hier auf mich? What? Bei mir sind gerade so viele kleine FPS-Einbrüche gerade gewesen, weil... Alle gerade auf mich geschossen haben. Hey. Hey du Schlingel. Komm her. Nein. Ich habe es gemerkt. Was war denn da los? Ich bin auch fast down. Das wäre scheiße. Weil ich muss mich einfach irgendwie hochgraben. Weil ich komme sonst nicht mehr back. Da oben ist... Ähm... Ja, ich hoffe es auch nicht, dass sie gedesponsen. Aber Moment, bei mir... Es leckt einfach ein bisschen. Ich gehe jetzt einfach hier mal hoch, wo deine Sachen waren. Aber die liegen noch da. Ich gucke mal, was ich mitnehmen kann. Oh. Nein. Du kleiner... Du kleiner Penner. Komm her. Ähm... Deine Axt ist noch da. Die nehme ich mal. Und was ist das? Aluminium-Oreberry. Aluminium-Oreberry. Und so ein Buch. Und da oben ist gar nichts. Oh, hi. Hallo. Ja, schau. Hier liegt noch ein Steinschwert für dich. Dann das hier. Ähm... Ja, die Eisenpick-Ax hast du gerade bekommen. Dann hattest du noch... Ähm... Das Buch, was da hier oben lag. Und sonst nichts mehr. Was... Was? Lass nach oben. Ja, lass nach oben. Du musst mir den Weg zeigen, weil ich weiß den nicht. Hä, wo bist du? Ach so, hier. Warte. Und... Und so. Ich bin da. Ich habe jetzt eh einige Pilze mitgenommen. Dann könnten wir eine Pilzsuppe auch machen. Weil... Die bringen sich eigentlich schon viel Pilzsuppen und so. Und so ein Garn, ja? Hui. Hui. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Und wenn er kommt? What the fuck? Au. Weißt du überhaupt, wohin es geht? Aua. Aua. Das schießt mich an. Geh schnell weiter. Geh weiter. Leg dich nicht mit dem an. Das schießt mich an. Und hier noch ein Zombie und alles und ich bin jetzt gleich tot. Boah. Wie behindert denn diese Schweine sind. Jetzt bin ich ein bisschen runtergefallen. ist da wieder so ein riesiger Schleim. Und ich baue mich jetzt einfach hier so hoch, weil... da ist hier so ein paar Schleim. Und irgendwie komme ich ja immer hier raus. nee also ich bin gleich tot und ich hab oder oben ist eine fackel du bist bei mir vorbeigegangen ich geh ja ja wohl ich hab's überlebt das finde ich jetzt geil dass ich das jetzt überlebt habe und dann bin ich jetzt der barbara dann schmelzen wir das ganze das ganze zeug hier das hier so dann hab ich jetzt also du hast jetzt weil er schon erwachsen und er hat ein ei getroppt ich bin so stolz auf dich mein sohn nein adolf ist leider keins rausgekommen warte adolf adolf komm ja komm adolf ja komm ja komm ja komm ja komm her mach dein gehege auch ein bisschen größer wo ist er denn hallo 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 ich hab hier samen für dich siehst du komm hoch jetzt man adolf komm hoch es ist so schwer ein Huhn zu bändigen weißt du was ist mir jetzt egal du kommst nicht mehr raus der wohnt jetzt da drin und fertig der bleibt da auch und jetzt warte dann kann ich nochmal weiß ich hier hinten zum adolf runter kommen zum adolf runter kommen und dann kann ich ihn da so füttern und so und dann kann ich ihn da so füttern und so ich meinte ist er hast du ihn wieder reingetan ok da dürfte er jetzt nicht mehr rauskommen also hier ich hab was für dich alles Gute zum Geburtstag und zu Weihnachten du hast jetzt als erstes die Boots bekommen weil ich das im privaten geben durfte und die liegen neben dir und du nimmst sie nicht auf ich bin so enttäuscht dass du mein Geschenk nicht annimmst nein ja da freut sie sich hm au dass der dank dafür schläge ey du bekommst nie wieder was du bekommst nie wieder was von mir nie wieder ja da stehe ich etwas abgleich äh so dann so jetzt wird was geiles gemacht jetzt werden miters gefickt was nichts ja jawollo die gibt drei das ist mega gut drei herzen geht die das ist echt mega gut und jetzt haben wir da unten gleich so ein Pilz Ding das ist echt geil irgendwie ist es ständig nachts wenn ich raus gucke es war noch nie Tag ne das will ich nicht verantworten und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht mehr hast du schon ein Ei getroppt ja aus dem Ei kam nichts raus aber ich bin Adolf echt du bist so unproduktiv echt schämlich ich habe ein Huhn das heißt Adolf er ist mein bester Freund ich gehe mit ihm doch dick und dünn hast du schon wieder ein was gemacht nein geh weg da geh weg da mhm er bekommt so die Schläge so ich würde sagen wir gehen jetzt nochmal runter und suchen Diamanten aber gehen somit jetzt ganz runter weil ich will in der Folge noch was Produktives machen und wir nehmen jetzt schon ich weiß es nicht wie lange auf Moment ja ich bin unproduktiv was bist du dann sehr produktiv nein weil du willst nur dein Zimmer einrichten und ich möchte Diamantenfarmen gehen aber nein darauf hat sie ja wieder mal keine Lust mir egal ich gehe jetzt runter und such Diamanten und ich gehe ganz runter soweit wie es nur geht ups so ich bin jetzt bei Ebene ähm 50 ich könnte was lustiges anmachen und was Clownfish nein das ist doch dieses Stimmverzerrungsprogramm irgendwie das klappt bei mir nicht und irgendwie soll es auch so sein dass Clownfish anscheinend die Daten der User in Skype abrufen kann und dann ja stand beziehungsweise da bei der Beurteilung dabei und deswegen habe ich es mir damals nicht runter geladen weil ich das wollte ich auch mal machen zu trollen einfach mal like a boss so Ich habe noch immer keine Dias. Ich habe noch immer keine Dias. Ich habe noch immer keine Dias. Aber irgendwann... So ein schönes... Oh, da erleuchtet der sogar. Guck mal. Und da... Hier gefällt es mir. Hier möchte ich gern mein Leben verbringen. What the fuck? What? What? Geh weg da. Heilen die sich? Sind die stark? Nein. Du glaust mir mal wieder alles hier. Da vorne ist noch so ein Spawner. Guck mal. Wenn ich jetzt den Stab bekommen hätte, dann hätte ich mir ein Leben gefeiert. Mach den weg. Den will ich haben. Und dann können wir Kürbiskuchen machen. Ein mir. Meiner? Nein. Nein, meiner. Weil du hast das jetzt bekommen. Und jetzt bekommst ich. Ja? Es muss hier Gerechtigkeit sorgen im Let's Play. Hier muss doch irgendwo noch ein Dias sein. Oder sind hier noch irgendwo Dias? Bitte dir. Dir. Du hast meine benutzt meine Kisten für 90 Gramm. Ne, ne, ne. Da gibt es sicher noch irgendwo noch solche Kisten. Die möchte ich jetzt abfarmen. Wer weiß, wie oft wir diese Chance noch haben. Langst du hier noch. Langst du hier noch. Langst du hier noch. Okay. Ja, ich höre es. Aber, ne, ich glaube hier lang. Ich gehe hier mal hoch. Yeah. Wow, 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 wow. Wir leben quasi. Oh. Okay, die sind ober mir. Oh, oh. Weg hier. Nein. Null. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Okay. Nein. Ich hatte Diamanten und alles. Komm doch zurück. Ja. Boah, Mann. Ich bin, ich bin irgendwo jetzt. Nein. Du bist immer noch nicht wahr. Ja. Und das regt mich auf, weil... Kannst du bitte meine Sachen aufsammeln? Bei mir leckt es gerade. Ich habe gerade zwei FPS. Wirklich. Okay, jetzt habe ich wieder 15, weil die Welt muss das nicht laden, aber... Das sieht man mal, die FPS-Anzahl. Ihr seht, es schwankt ja eh die ganze Zeit so rum. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin muss. Ach, da oben. Da leben wir doch. Nur ist es halt ein bisschen schade, weil... Ich wette, da unten wäre noch viel... Boah. Ich wette, da unten wäre noch viel, viel coolere Sachen gewesen als das. So, und ich mache jetzt einen kurzen Cut, weil ich gucken möchte, wie lange ich schon aufnehme. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Und zwar, wir haben jetzt ganze 20 Minuten aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao.